Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Runde Star Stable und zur heutigen Fuchssuche. Wir haben ja beim letzten Mal diese super super seltene Quest um die kleinen Füchse angenommen und jetzt geht es darum, wir müssen rausfinden, wo der kleine Fuchs heute ist und dazu geht es den Berg in Golden Hills nach oben, nämlich hier beim Westkap Fischerdorf. Ich habe das Ganze auch noch mal da oben markiert, denn der gute kleine Fuchs, der sitzt nämlich da oben. So. Und zwar hier hinten, da seht ihr den kleinen Fuchs für heute sitzen. Also falls ihr euch fragt, wie sieht das Ganze denn aus? So sieht das Ganze aus. Oh mein Gott, der ist so füß. Ich muss ein Foto mit ihm machen. Oh mein Gott. Oh mein Gott, kommen wir ungefähr auf seine Höhe. So. Ne, wir zeigen halt gar nicht auf ihn. Aber egal. Ja, hier ist der kleine Fuchs für heute. Und was sagt uns der Gute? Tja, da ist nämlich genau wieder das Problem. Wir können ihn nicht annehmen. Ich hatte ja das letzte Mal schon. Das geht nämlich nur als Wildpferd. Und dann gucken wir uns das Ganze mal als Wildpferd an. Da bist du ja, Pferdchen. Ich hätte nicht gedacht, dass du mich findest. Ich bin beeindruckt. Du hast wirklich ein Auge für die Dinge, die nicht stimmen. Hast du die Geschichte über den kopflosen Reiter gehört, Pferdchen? Ich hatte dir doch gesagt, dass du auf eine Herausforderung treffen würdest, Fieb. Du läufst besser schnell, Pferdchen. Sonst kriegt er dich. Wenn du nur das Amulett des Galoppreiters hättest. Das hätte dich vielleicht retten können, aber vielleicht auch nicht. Okay. Was? Der kopflose Reiter? Wow. Was? Wow. Oh nein. Oh mein Gott. Moment. Was? Ich bin doch drüber geritten. Das hat nicht gezählt. Nein. Oh mein Gott. Der kopflose Reiter ist voll schnell und wir haben keine Ausrüstung an. Uff. Am besten wollt ihr euch Ausrüstung, wenn ihr das hier macht. Uiuiuiuiui. Oh mein Gott. Der kopflose Reiter ist zurück. Hilfe. Dieser kleine Fuchs ist irgendwie gruselig. No. Mein Gott. Können wir ja nicht ein Foto mit ihm machen? Oh mein Gott. Wir sind im Ziel und haben ein Foto mit ihm. Das nenne ich doch mal Foto-Finish. Es sieht schon krass aus, oder? Uff. Also heftig, heftig. Mit dem kopflosen Reiter nochmal zusammenzutreffen. Boah, das Pferd. Sieht ja schon geil aus. Haha. Okay. Wir haben das Reim mit dem kopflosen Reiter gemacht. Und hier. Du läufst sehr schnell für ein Pferd. Ich kann deine Energie immer noch spüren. Du hast etwas Besonderes an dir. Hihi. Nun, ich habe dir Dinge zu tun. Dinge vorzubereiten. Vielleicht findest du mich ja morgen wieder. Uff. Okay. Oh mein Gott. Was das wohl geben wird? Aber es ist krass. Einfach so ein verstecktes Rennen auch nochmal komplett drin. Heftig. Haben wir jetzt einfach den kopflosen Reiter hier stehen? Um, okay. Ja, nice. Ich finde es gut, dass wir den nochmal reingebracht haben. Er ist so groß. Oh Mann. Gut, aber dann verabschiede ich mich für heute von euch und werde noch ein bisschen jetzt mich mit dem kopflosen Reiter hier abchillen. Und dann sehen wir uns morgen zu einer neuen Fuchs-Quest wieder. Bis dann. Ciao, ciao. Untertitelung des ZDF, 2020